Der Freude ist... Ich freu mich nicht, Leute zu wenig. Ja, ich freu mich immer, wenn ich das sehe. Immer. Leute, ich bin arm und ich habe keine Hustie oder nicht. Das ist echt, dass es lehrt. Das ist echt, dass es lehrt. Das ist echt lehrt. Oha, sieht man Matthias noch ein Pullover hin. Jetzt wollen wir den erstmals mitmachen. Der ist jetzt ausgefallen. Der wollte ihn selber aus. Ich glaube. Kann man sich heute mal auspullen? Heute ist gut, aber... Na ja, na ja. Der hatte erst so... Ja. Die schaffen das nicht. Und so eine Zeit. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Er hat ja gesagt, er hat einige von ausgesetzt. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Und wenn er... Er hat ja gesagt, er hat einiges ausgesetzt, ne? Ja. Dann haben wir gleich wieder das nicht gelassen. Jetzt haben wir alle... Das ist richtig. Ja, heute enttäuscht uns. Wir haben beide mit herausgefahren. Was ist denn los? Aber der Pommes gibt es blau, was da auch noch ist. Ich will eine Pommes, Bruder. Wann wollen Sie das noch alles machen? Nein. Da hat mein Kind einen Tag... Ach, ich bin da gerade noch. Ja, ne? Sie wollten mich damit ansehen. Und dann hat sie ein Kind, den Tag, einen Samstag mal reingeschnuppern. So. Innerhalb von 300 Jahren. Ach, das fehlt nicht. Ich kann es nicht. Doch drei Minuten. Ja, aber sie wollte es mal ausprobieren. Das ist das Schlimmste. Und da habe ich gesagt, soll ich es? Was? Nein, das ist das Schlimmste. Was ist das Schlimmste? Ja, da sind die Nachrichten. 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 Mach meine Kusina, der hat jetzt auch aufgehört. Du fängst mich. Du fängst mich nicht. Ja, ich fängst mich nicht. Ich fängst mich nicht. Ich fängst mich nicht. Boah, meine Kusina hat jetzt schon hoch gearbeitet. Ja, da sind alle runtergelegt. Warum Chef? Ach! Nee! Ach! Ach! Aber es ist gut, wenn ich hier so nach 10 habe, ein ganzes Wettbewerb zu machen. Guck mal, der nächste Tor! Oh, das ist raus! Ja! Oh! Ach! 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 1,2,2,2,3,1,4,1,4,1,4,1,4,1,4,1,4... Nein? Na, mach Sie noch nicht. Ich muss insekten, da wie ich noch nicht so richtig ausk�len habe. Ich hab das in meinem Körper zu bekommen. Nein. Ich hab das in meinem Körper zu essen. Ich hab das jetzt so... ...ich hab das auch zusammen哦! Boah! Dies... ...warte, hier an mir drin. Oh, guck mal, hier. Nee, jetzt sind wir hier abbequaten. Du willst ja so erzählen! Damit alles zu gut gehen? Du musst gerade Beine rein. Hör mal! Oh, nicht rum. Pappi! Mach mal bitte! Oder mach mal bitte! Pappi! Pappi! Jetzt mal rum, ich hab dabei noch ein bisschen draußen. Und jetzt siehst du doch mein Stück auf. Ja, der Runde, der hessige Runde. Noch 30 Sekunden. Noch 30 Sekunden. Noch 30 Sekunden. Mama, 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 Mama. Mama, 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 Mama. Da kann es nicht mehr beim Kuhl wie vorbeirutschen, auch mit der Seite zu kommen. Mama, Mama, Mama. Prenn ist verendet.